Ich habe Fifty Shades of Grey geguckt. Der Film hat mir nicht gefallen. Um zu klären, warum, ergibt es Sinn, erstmal zu betrachten, was der Film nicht ist. Der Film ist kein Porno. Dafür sind die Sexszenen zu kurz, zu zahm, zu künstlerisch. Der Film ist keine Liebesgeschichte, zumindest keine gute. Dafür ist das Verlieben zu simpel. Grey hat alles und kann vor allem mit Geld jede Erfahrung bieten. Und die Welt verrenkt sich am Anfang durch das Interview und den Fototermin quasi, damit Anna und Grey etwas miteinander zu tun haben. Das einzig Interessante, was bleibt, ist der BDSM-Konflikt. Allerdings kommen beide Seiten dieses Konfliktes nicht zu den interessanten Fragen. Anna ist zu zögerlich und Grey lässt sich darauf ein. Er kitzelt auch nicht mehr Widerstand, mehr Gegenargumente aus ihr heraus. Was am Ende bleibt, ist ein Konflikt, der nicht zu den interessanten Fragen kommt, umgeben von einem maximal generischen und langweiligen Rest. Das ist kein guter Film.